Herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir möchten euch heute zeigen, wie ihr einfach einen Gutscheincode von OptikPlus einlösen könnt. Dafür ist erstmal wichtig, unsere OptikPlus Gutscheinseite zu öffnen und im oberen Bereich werden hier gleich unterschiedliche Aktionscodes angezeigt. Zum Beispiel gibt es derzeit 5% Rabatt auf die nächste Bestellung oder auch sonstige Angebote, die man insgesamt aber alle ähnlich einlöst. Wir möchten euch heute zeigen, wie ihr einfach diese 5% Rabatt auf die nächste Bestellung erhaltet. Dafür ist es erstmal wichtig, auf die Schaltfläche Gutscheincode anzeigen und Shop öffnen zu klicken. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster mit näheren Informationen zu diesem Gutschein. Zum Beispiel wird hier oben angezeigt, wie viel Prozent Rabatt man letztendlich bekommt. Den Gutscheincode kann man sich hier direkt kopieren, indem man auf die Schere klickt. Darunter gibt es Informationen zur Gültigkeit und ein Mindestbestellwert wird auch noch angegeben bzw. die Information. Hier ist nun keiner erforderlich. Im anderen Tab hat sich nun bereits die Internetseite geöffnet und es liegt nun natürlich bei euch, entsprechende Produkte, die euch interessieren, in den Warenkorb zu legen. Ich habe mich bereits für Kontaktlinsen entschieden, die hier 49,95 Euro kosten und der Gesamtbetrag wird hier auch angezeigt. Es ist ebenfalls 49,95 Euro, da kein Versand anfällt. Es gibt nun aber noch die Möglichkeit, den Gutscheincode einzugeben. Dafür gibt es hier unten links diese Fläche, Gutscheincode eingeben, danach das Textfeld, in das ihr reinklicken könnt. Danach müsst ihr noch einen Rechtsklick machen, auf Einfügen klicken und dann mit einem Klick auf Gutschein einlösen, diesen Code bestätigen. Dieser wird dann nochmal kurzerhand überprüft und hier nun auch aufgelistet. Die 5% Rabatt gibt es. Das sind in diesem Falle 2,50 Euro und die Gesamtsumme hat sich letztendlich reduziert auf 47,45 Euro. Das ist natürlich eine wunderbare Sache, besonders wenn man regelmäßig bestellt, vielleicht auch größere Bestellungen ausführt. Hiermit könnt ihr auf jeden Fall schon mal 5% sparen und mit anderen Gutscheincodes von uns könnt ihr natürlich auch entsprechend nochmal einiges an Geld sparen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao!